Vor 80 Jahren war dies ein Ort voller Grausamkeit. Tausende wurden hier eingesperrt, gefoltert, erschlagen, ermordet. Unter ihnen auch Homosexuelle. Gezeichnet mit einem rosa Winkel. Und obwohl die Lager geschlossen und Gefangene befreit wurden, dauert die homophobe Gewalt an. Bis heute. In Tschetschenien wurden letztes Jahrhunderte verfolgt, eingesperrt, gefoltert und viele sogar getötet. 2017 wurde in Brasilien alle 19 Stunden ein Mensch umgebracht. Aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Ein Antischwulengesetz in Uganda führte zur Verbrennung eines Mannes. Bei lebendigem Leibe. Nur, weil er liebte, wen er liebte. Es passiert jeden Tag. Und es passierte ihm. In seiner Heimat wurde er verfolgt, eingesperrt, gefoltert und beinahe zu Tode geschlagen. Hier, an diesem Ort, wurde die Gewalt beendet. Aber die homophoben Verbrechen geschehen immer noch. Auf der ganzen Welt. Machen wir auf diese Tragödie aufmerksam. Und ermöglichen, was jedem Einzelnen von uns zusteht. Ein Leben in Freiheit. Setze dein Zeichen gegen Homophobie. Und lass uns das Symbol der Verfolgung zu einem Symbol der Befreiung machen. Machen wir auf der konkzen Ebene an. res Haus an.res Haus an.res Haus haben.